Hallo liebe Filmfreunde! Hier ist EreV80 mit meiner lieben Frau wieder. Und wir haben heute etwas Besonderes vor. Wir wünschen euch, wie der vorher schon gesagt hat, ein gesundes und frohes neues Jahr. Es wird ein tolles Jahr, ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Der Fois hat schon wieder so einen Berg an Unboxings geplant für euch. Was guckst du denn jetzt so? Ist doch wahr? Nein, ich nicht. Doch, doch, doch. Das macht ihr sehr gern. Macht ihm unheimlich viel Freude. Ihr glaube ich nicht. Doch, mir macht es auch Freude. Ja, okay. Aber dir schon ein bisschen mehr. Ist aber okay. Er ist ja auch der Filmesammler. Natürlich, wie immer, möchten euch noch einige andere auch ein frohes neues Jahr wünschen. Und zwar einmal Manni. Der Rudi. Wir haben es natürlich wieder versucht ihnen zu sagen, dass sie dann nacheinander, so wie wir das wollen, in die Kamera laufen. Aber wieder nicht funktioniert. Das klappt nicht. Diesmal so. Und so Buschku. Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, die Emma ist da drüben und guckt uns zu. Und spielt in ihrem Laufstall. Aber als Präsentation hier nochmal die Emma als Plastikschwester. Wie es auch für uns zu Hause. Auf der Arbeit haben wir jetzt die Plastikschwester. So ist auch die Plastikschwester auch. Das ist für die Emma. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja. Was sollen wir vorher sagen? Das war es eigentlich. Wir wünschen euch auf jeden Fall von mir nochmal schöne Weihnachten. Ja, es ist schon ein neues Jahr, aber es ist egal. Er ist nur unbedingt miteinander. Ey, gesundes neues Jahr. Und die nächsten drei Unboxing-Videos sind schon so gut wie abgedreht. Hab ich doch gesagt. Ja, du hast ja recht. Und die kommen auf jeden Fall demnächst, kommt ja auch gleich raus. Und ich habe noch viele weitere schöne Ideen, wie man euch noch vielleicht noch mehr reizen kann, das Film zu sammeln. Denn ich habe noch etwas Größeres geplant. Was denn? Ja. Das möchtest du jetzt. Das weiß nicht einmal ich heute. Ja. Auf jeden Fall langer Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Oder auch Sie. Sie sind natürlich viel lieber zu abonnieren als zu mich. Ich weiß schon. Und bis zum nächsten Mal, euer Folge 82 mit? Der lieben Frau. Der Katharina. Ach, ich habe einen Namen. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.